Prathanasana zum Himmel hin. Daniel erklärt, wie es geht. Wir haben unsere Hände gefalten vorm Herzen, als Symbolik, dass wir zur Einheit kommen, dass wir beide Hände der Dualität dort zusammenfalten, vorm Herzen dort etwas reinsprechen. Und wie der Himmel angepeilt wird von den Fingern, so senden wir dort unsere Worte hin. All das, was wir an Glückwünsche, Lobgesänge, an Kundtuungen, an die Liebe senden oder an alle Wesenheiten der Welt, senden wir so aus unserem Herzen aus ins All.